ja hallo da sind wir wieder ich bin wieder blau der scherz wird nie alt und ich habe schon wieder geschmackt nein nein ich habe falsch geguckt ich habe schon wieder geschmackt ich wollte so laut oder kommt mir das nur so vor weil ich die kopfhörer aufgetreten habe momentchen ich höre mal kurz in die aufnahme rein laut ok ich habe entschlossen dass die lautstärke geht jetzt weiter ich nehme doch auch oder ja ok halten jeden ohne das mache ich nicht nein ok ich muss mir angehen angewöhnen die milisekunde früher zu blocken als ich vorhabe zu blocken weil da blockt ja nicht sofort ah wo bist du hin du du reiter da spekalypse einhand kann ich eigentlich brennen wenn ich da rein gehe cool nein kann ich nicht was das nix was hier nix tot und verderben und jetzt kann ich das hier kaputt machen keine ahnung ah da hat ein sperr nein hat er zweimal gefeintet gerade potato nein mich hat eine kartoffel getötet potato wurstel überhaupt potato potato oh ist das ein level nein potato das klingt lustig hier möchte ich fighten ich spreche schon halb deutsch halb englisch juhu am besten noch dreiviertel skandinavisch ich bin der akkola ha seht doch oh artillery es regnet steine für heute morgen ist angesagt schwerer steinschlag ich sehe dich seit wann gibt es da oben steine man warum muss ich so lange sekunden warten ich bin doch gerade gestorben mensch kann man das nicht irgendwie so machen dass die die noch nix geleistet haben irgendwie sofort wieder rein dürfen ja eigentlich fair oder ah nein das ist nicht potato da oben ist potato nein nein toll ich hätte echt nie von also ich hätte wirklich nie nie im leben gedacht dass ich jemals überhaupt sagen werde dass ich mich von der kartoffel verstecke die pfeile auf mich hieß ich bin nur schlau und lassen einfach in ruhe hätte ich eine brandbombe nicht die hätte ich super hochschmeißen können das ist ja ein bogenschützer da sind die hunden au natürlich ha ha bewitcher ich halte mich na komm her du jawoll okay das war ganz sag mal hakt hoch das war jetzt sogar ganz gut so zwitschermäßig einfach ein ding geblockt und äh den reiter getötet den hundenreiter au das war zu hoch kann man hier hoch nein das kann man nicht das ist ein toller belagerungsturm das ist feind das ist feind ich hab doch geblockt ach ja stimmt ja die millisekunde vorher blocken also das heißt wenn ich den sperrkotz von mir sehe dann blocken weil dann wenn er da ist blockt er okay mathematik verstanden 14 jahre schule nicht umsonst was habe ich denn warum ah battle musik warum ich fink doch schneller als ich vielleicht liegt das sagen dass er sich beugt und bücken kann ich bin noch nicht auf so einem level um das zu können oder das zu beherrschen ich bin noch nicht auf so einem level um das zu können oder das zu beherrschen für keine Ahi wir müssen den wagen beschützen oder müssen wir den schieben nein was müssen wir eigentlich was sollen wir damit nur beschützen oder was da wollte mich einer mit einer steinsteuer ich sollte meine stranzen nicht verändern ich spawne mal lieber noch nicht sonst werde ich wieder von einem stein errichtet steinschlag genau ich habe den stachen stachel ja ja nein bin ich dem ins schwert gelaufen obwohl er nicht auf mich gezielt hat okay das war überrascht gut zu wissen dass das auch funktioniert fake kaiser wie hini zählt was htg spy hat was kranken wiese lovely community ich überlege mir ob ich einen bogenschützen nehme und kontrolle den da abzuballern die kartoffel auf dem turm dankeschön ach das ist freund eben den schild was war das denn von hinten was man kann ich nicht mal kontinuierlich blocken ja ich glaube da war irgendwie sowas ja dann sind schilde ja praktisch so sinnvoll wie die faustschilde die kleinen dinger ach komm schon wieder steinschlag ich frage mich ob die roten davon eigentlich auch erwischt werden was verschieben die das ding ja nach oben schauen wenn es regnet regenerieren darf ich nicht trennen glaube ich genau pulver wien starte deine regenerations kraft was soll ich hier mit machen endlich komm hoch mit dir komm hoch mit dir komm geht er nicht hoch die geht hier der chat noch mal auf die z y y a y nur skupt hast nur hat schon zu server ich sehe ich schon kann ich da nicht hoch oder? nee, ich will hoch nee, der ist doch da irgendwie hochgekommen ah, so vielen dank für diese steile aha wow nein wer will überhaupt einem typ zuschauen da bei jedem zwei oder mehr kampf sofort verreckt? niemand wie es scheint oh, was macht der denn da? kann er noch eine armbrust bauen oder nur? ach ja, es gibt ja noch hier, äh, feuerkessel, genau ne ich weiß ja bescheid damit ne, 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 ne no aha yeah das kann ich gut einfach nur messern von hinten kommen und messern rücken also schön nein ich habe doch gerade gedruckt ah da er hatte kein shoot nein der hatte nur so eine hammer sense für sie er ist auch verschwunden, ist super okay also ich hatte mit dem kurzsperr nicht so viel skill ist Kartoffel eigentlich noch da oben? ich könnte ja einfach mal so just for fun nur mal so just for fun, was hat eigentlich noch mal für... oh da hat eine Bandage noch neu dazu bekommen okay Damage Aaaaaah Ne, da guckt es wo ich spinne Dammit Weil immerhin habe ich so ungefähr die Höhe jetzt Ne, 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 ne Alles klar Ähhhh Ich hätte eine Feuerbombe nehmen sollen Das habe ich mir eigentlich gedacht mit dem Bogenschützen hier Oh mein Gott Das ist ein Teamspiel Oh oh Hey Dreieckschild Ach komm Moment Nein, jetzt kann ich jetzt nicht Irgendwie kann ich tot sterben FL vielleicht Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein Ich habe das ein Ähh Ein Dingsbums Ähh What Ähh Fensterbildschirm gemacht Ich bin zu verzweifelt Ich will den Ich will den roten Typen erschießen Der hier scheinbar freundlich zu sein scheint Ach keine Ahnung Wie kann ich sterben? Warte mal Ähh Ganz schnell kurz Entschuldigung Steuerung Fassen bewegen kriege ich den minus 100 punkte also ja kommt vorne schnell 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 was hat das mit dem schild auf sich so bist du das schwert und den schild als geht doch so bereit und gewappnet 30 sekunden noch ja immer immer wenn ich hier sollte nach stich ja so sehe ich auch gerade aus mit dem blick ich bin im team wir verlieren das ist eine faustregel mittlerweile das hat letztens gelegt mal gucken wie das jetzt sein wird so wie ein feld neuer anfang ja okay das war es in dieser runde ob ich besser geworden bin oder nicht könnt ihr entscheiden wenn ihr wollt auf jeden fall schreibt doch mal in die kommentare ob es an mir liegt oder an dem rechner liegt oder an unsichtbaren kräften liegt auf jeden fall danke fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet das hat jetzt sadistischen spaß daran mir zuzuschauen jetzt bin ich mal rot wenn wir jetzt blau wenn wir jetzt wieder verlieren dann keine ahnung bin ich ein schwarzer peter auto auf jeden fall dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal so 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 Untertitelung des ZDF, 2020